Hm, so Obst ist ja ganz schön, gibt mir ja schnelle Energie. Aber ob das für den Sportler auch gut ist und überhaupt, ob Fructose, der Zucker des Obstes, eigentlich gut vom Körper vertragen wird, das besprechen wir in diesem Video. So ein frischer Obstteller, der lädt ja zum Essen ein, das muss man ja wirklich sagen, weil so frisches Obst ist ja sehr geschmackvoll und insbesondere dann, wenn es wirklich gut gelagert war und richtig einen schönen Reifegrad hat, dann schmeckt es ja auch manchmal sehr süß und das ist schon richtig lecker. Aber auf der anderen Seite müssen wir uns natürlich Gedanken darüber machen, ist eigentlich Obst besser als andere Lebensmittel und da ist die Wissenschaft sich nicht ganz einig, aber darüber wollen wir heute mal reden und so die unterschiedlichen Facetten aufdecken, denn es gibt schon auch viele, viele Nachteile, wenn wir zu viel Obst konsumieren und das ist meines Erachtens nicht so richtig populär in den Medien auch kommuniziert. Ich war letztens noch in einem Hotel und da sehe ich immer viele Berge von Tellern dort, geprall gefüllt eben mit großen Obstmengen. Da muss man sich schon wirklich fragen, ist eigentlich diese Menge an Obst, die ja manchmal so scheinheilig daherkommt, weil es ist ja Obst und Obst scheint ja gesund zu sein, wie uns die Medien so kommunizieren, ist das eigentlich in dieser Quantität überhaupt der richtige Weg und überproportional versorgen wir uns da nicht mit zu viel. Ja, zu viel Vitamine und Spurenelemente kann man nicht haben, denn die werden vom Körper aus geschieden. Aber was man eindeutig zu viel haben kann, was im Obst steckt, das ist der Fruchtzucker. Und Fruchtzucker ist deswegen gefährlich, die sogenannte Fruktose, weil er deutlich schneller vom Körper zum Beispiel verarbeitet wird als Traubenzucker, als Glucose. Und er umgeht einige Bearbeitungsprozesse im Körper und landet relativ ohne große Umwege direkt in der Leber. Und insofern haben wir festgestellt und haben einige Studien auch feststellen können, dass letztendlich Fruktose die Leber mästet. Und das ist egal, ob es in fester Form gekaut wird oder in flüssiger Form, wie so Fruchtsmus oder Obstmus quasi, konsumiert werden. Zu viel Fruchtzucker ist schlecht. Und dabei muss man insbesondere eben nicht nur das offensichtliche Obst und den Fruchtzucker betrachten, sondern die Industrie macht es ja noch perfider. Die nutzt den Fruchtzucker, billiges Zeug, um bestimmte Geschmackskomponenten noch in billige Lebensmittel hineinzutragen. Also Fruktosesüßung nutzt die Industrie wirklich, damit bestimmte Dinge aus der Tiefkultruhe überhaupt schmecken, also als Geschmacksverstärker. Und dann wird es noch schwieriger, wenn wir das noch begleiten mit Limonaden, die ja fast ausschließlich gesüßt werden mit Fruchtzucker, mit Stoffen, die vom Körper überhaupt nicht richtig verarbeitet werden, sondern sofort in der Leber landen. Und so erkennen wir wirklich viele Menschen, die zu viel Obst essen, die sehr viel Obst essen und insbesondere auch viel Limonade trinken. Eine Fettleber, die seinesgleichen sucht und manchmal sogar so negative Komponenten hat, wie eine sogenannte Alkoholleber, weil die Veränderungen in der Leber so gravierend sind. Also, deswegen ist meine Botschaft, wenn Obst dann in der Regel nur in fester Form, nicht getrunken, vor allen Dingen auch nicht immer in Limonadenform, das ist das Allergefährlichste, aber vor allen Dingen auch in der Menge nicht zu viel. Wir haben in unserer Gesellschaft in der Regel kein Vitaminproblem mehr. Und hier besprechen muss es nicht sein, dass wir rund um die Uhr uns irgendwie mit Vitaminen vollstopfen, weil eben eine Überversorgung ist eben auch nicht gut. Und das bedeutet also gerade dieser große Trend eben von vielen Obstsäften auf den deutschen Frühstückstischen oder auch von Smoothies an den Mittagstischen ist kein guter Trend, weil eben wir damit eine überproportionale Versorgung mit Fruchtzucker haben. Obst allerdings in der richtigen Dosierung, ja, wobei die richtige Dosierung meines Erachtens auch von der DGE, von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung nicht optimal beschrieben wird. Fünfmal am Tag halte ich für absolut zu viel. Erstens, aus zwei Gründen. Wir haben damit keine Esspausen, weil ich immer wieder mir zwischen meinem normalen Essen noch eine Obstpause gönne, um so bestimmte Hungersymptome zu überbrücken. Und zum Zweiten ist es so, dass wenn ich fünfmal am Tag Obst esse, wie gesagt, die Menge an Fruchtzucker einfach zu groß ist. Und auch hier erwarte ich, dass die DGE irgendwann mal endlich eine Korrektur dieser Empfehlungen nach sich zieht. Was allerdings besteht, ist natürlich Ballaststoffe, die da drin sind. Also in großen Pflanzen sind einfach Ballaststoffe drin, die aus dem Pflanzengewebe heraus resultieren. Und das ist insbesondere natürlich auch bei dem Obst auch der Fall. Allerdings muss man eben auch wissen, Obst ist nicht gleich Obst. Und natürlich hat der rote Apfel, der süßere Apfel, andere Fruktosewerte als der grüne. Eine grüne Banane andere Fruktosewerte als eine braune Banane. Genauso wie letztendlich bei den Weintrauben mehr Süße dadurch entsteht, indem einfach mehr Fruktose vorhanden ist. Also Obst ist nicht gleich Obst. Und wenn ihr also zu Obst greift, dann achtet bitte darauf, dass ihr auch schon mal zu der sauren Variante greift. Denn die ist nicht nur auch basisch und entsäuert damit den Organismus, sondern ist deutlich weniger gefährlich als die klassischen süßen Varianten. Die vielleicht ein wenig besser schmecken, aber die sollten deswegen genau etwas seltener gegessen werden. Funktose allerdings für den Sportler gerade während der sportlichen Aktivität ist durchaus eine ganz adäquate Quelle. Nicht umsonst nutzen das viele zum Beispiel auch Nahrungsergänzungsmittelhersteller, um schnelle Energie herbeizuführen. Und so ein kleines Bananchen, eine halbe Banane, vielleicht sogar die braune Variante, vor dem Morgenlauf geschnappert, das ist schon ganz schön, weil es dem Körper die Energie bringt. Also da ist aber natürlich die Konsequenz, es wird direkt verbraucht, verbrannt, genutzt von der Muskulatur. Also insofern, Fruktose setzt auch voraus, wenn man es denn viel konsumiert, das in der Muskel auch, das auf dem Scheiterhaufen der körperlichen Aktivität verbrannt wird. Also, Obstkonsum sollte auch ab und zu mal kritisch hinterfragt werden. Der Heiligenschein, der über dem grünen Apfel schwebt, der ist nicht immer da.